Hast du schon gehört? Rapper Fulio wurde mit gerade mal 26 Jahren auf der Straße erschossen. Julio Fulio wurde gestritten in den nächsten Morgen. Im Deutschrap gibt es ein paar Ansagen über Instagram oder TikTok. In den USA wirst du für den falschen Diss einfach abgeknallt. Rapper Fulio kam aus Jacksonville. Immer wieder gab es Beefs mit anderen Gangs, die mehrere Todesopfer forderten. Vier Menschen wurden total getritten. Seine Tracks verzeichneten mehrere Millionen Views. Und auch bei Instagram konnte der Rapper eine riesige Community von 1 Million Follower vorweisen. Fulio war mit einigen Freunden in Tampa, um seinen 26. Geburtstag zu feiern. Diese Aufnahmen zeigen die letzten Bilder des Rappers vor seinem Tod. Die Crowd wurde wegen zu vieler Personen aus ihrem Airbnb geschmissen. Daher verlagerten sie die Party in ein nahegelegenes Holiday Inn Hotel. Bisher unbekannte Personen eröffneten das Feuer. Vier Personen wurden getroffen, darunter auch Rapper Fulio. Für mehr Rap News, mach das Plus weg und folge unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.